Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney, Dreamlight, Rally. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben die zweite Community Challenge geschafft, also eigentlich die dritte, weil die zweite wäre ja gewesen, 350.000 Mal diese Mülltonne aufstellen. Oder die rostige Mülltonne, genau die hier. Da hätten wir nämlich ein neues Zaun- und Wegset bekommen, das hätte ich so gerne gehabt. Dafür haben wir jetzt eigentlich die dritte geschafft, das wäre 400.000 Mal das hier aufstellen, genau diesen Drachen. Aus dem Sternpass. Oder 400.000 Mal hier diese Pflanzen. Das war der Jubiläums-Formschnitt, genau, die konnte er an der Werkbank machen. Das haben wir jetzt geschafft und das heißt, es gibt eine neue Belohnung. Und für alle, die es noch nicht verstanden haben, es kommt auf alle Spiele an. Also es werden 400.000 Mal alle Pflanzen gezählt von allen Spielern online, weltweit. Weil viele, glaube ich, denken, die müssten jetzt 400.000 Pflanzen bei sich hinstellen ins Valley. Das geht ja gar nicht, weil wir ja eine Grenze von 3.000 haben. Also wie gesagt, da wird jeder Spieler gezählt. Nicht, dass jetzt euer Valley voller Mülltonnen stellt oder 1.000 Mülltonnen, was natürlich gut ist für die Zählung. Aber macht das bloß nicht. Ich habe jetzt auch vielleicht 20 Mülltonnen aufgestellt oder sowas. Und jetzt schauen wir mal, was wir bekommen. Da bekommen wir irgendwie so ein Blumenpack. Wahrscheinlich wird es nichts Spektakuläres sein. Und, ja genau, 10 Mal, 5 Mal, 10 Mal irgendwelche Pflanzen. Glückwunsch an alle Teilbewohner zum Erreichen des erfolgsgrößter Park. 1? Ist das eine 1? Keine Ahnung. Anbei findet ihr eure Belohnung. Stellt sicher, dass ihr dann noch Platz im Endeffahrer habt. Genau, habe ich gerade noch gemacht, bevor ihr sie einfordert. Als Teil unserer Sternfahrt der Disney Parks fordern wir alle Teilbewohner auf, Talbewohner heraus, ihre eigenen Dreamlight-Parks zu bauen, indem ihr eine Vielzahl von verschiedenen Gegenständen verwendet. Sobald die Meilensteine der Herausforderung erreicht sind, werden aufgrund aufregender Belohnung an den Posteingang aller Spieler verschickt. Auf unserer offiziellen Website erfahrt ihr, wie ihr teilnehmen könnt. Genau, teilnehmen nehmt ihr einfach so. Ihr müsst euch nirgends so anmelden, weil da auch oft die Frage kommt. Einfach die Sachen hinstellen, das wird gezählt. Ihr müsst kein Formular ausfüllen, ihr müsst keinen Charakter ansprechen. Nothing. Und jetzt fordern wir den Kramer ein. Das ist jetzt nichts Besonderes in der Blumen, die man überall kriegt. Aber, naja. Geschenkt ist geschenkt. Wunderbar. Ihr habt ja euer Inventar. Mein Gott, was ist denn heute los? Ich bin so aufgeregt. Ihr seht ja auch schon mal so ein bisschen mein neues Grundstück. Mit dem neuen Haus. Werde ich euch noch alles im Livestream am Sonntag zeigen. Also lasst gerne ab und like da, wenn euch das gefallen hat. Danke, danke, danke schön. Ja, genau, Ska. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und danke.